Er pfeift an. Durchgang 1. Läuft. Waldemar Anton. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast nahmlos. Kein Grund zur Aufregung. Na jetzt müssen Sie aufpassen. Der war knapp. Da hätte der Torwart wohl nix mehr ausrichten können. Kann er was draus machen? Waldschmidt. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Ja. 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 INDEEN